Okay. Oh mein Gott, ich komme jetzt, okay? Setz dich hin. Wie setzt du dich hin? Bevor das Video losgeht. Erstens, es ist gerade 5.31 Uhr. Ich fahre um 9 Uhr zum Skyline Park als Überraschung für meine Geschwister. Erstmal das da. Zweitens, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Warum habe ich das gesagt? Drittens, ich weiß nicht, ich wollte mich loswerden, ich will nur kurz was sagen. Es ist sehr spät. Ich drehe das Video. Ich bin gerade am grandalieren. Ich habe keinen Schlaf und ich fahre gleich zum Skyline Park. Das habe ich schon erzählt, ne? Okay, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt müssen wir ganz schnell anfangen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir müssen uns beeilen, weil, sag schnell. Weil meine Mama gesagt hat, ich muss jetzt schlafen, deswegen. So, nicht auf meine Haare achten, ich habe einen Mittelschettel, ich sehe aus wie Mozart, aber... Nein, bist du nicht. Ach, komm schnell, komm. Okay. Ähm... Vor allem ganz kurz, ich sage, ich sehe aus wie Mozart. Nisas Antwort, nein bist du nicht. Genau, wir probieren jetzt, genau, oh nee, ist es mir... Okay, stopp. Meine Mutter schlä... Meine Mutter will, dass Nisas schläft, aber sie betet gerade. Das heißt, wir haben jetzt so 10 Minuten, um dieses Video zu drehen, weil ich will es morgen hochladen. Heute ist Samstag und ratet mal die Uhrzeit. Ratet mal die Uhr... Machst du mir nach? Ja. Freunde machen sowas nicht. Wir sind die Freunde. Wir sind... Geschwister. Aber ich bin schön und du bist hässlich. Du haust nicht. Okay, wir probieren heute Süßigkeiten. Warte. Stopp. Stopp. Ich bin heute... Ach, die Tüte verdeckt dich. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir keinen Augenkrebs. Bevor das Video losgeht, gebt dem wieder einen Daumen nach oben, auch wenn ihr es noch gar nicht gesehen habt, weil es wird eh toll, weil ich bin dabei. Was sollen die kommentieren? Ah, und abonniert meinen Kanal. Wie viel Werbung willst du noch machen? E-Mir? Ja. Und folgen auf Insta. E-Mir, B-I-S-R-R. Oh Gott, ich bin so schlimm. Okay, kommentiert ein Horn. Das sind so kleine, das ist das Kaugummi. Du musst so tun, als ob du nicht weißt, was das ist. Du tust, als ob du es nicht kennst. Sag nochmal. Äh... Ich weiß nicht, was das ist. Du kannst so schlecht schauspielern. Ich bin richtig gut im Schauspielern. Schau jetzt. Nisa, ich mag dich. Ich will aufmachen. Oh, das ist ja wirklich wie eine Flasche. Dann kannst du hier das aufmachen. Leute, ich sehe heute so hässlich aus. Kommentiert mal bitte, Emil, mach eine Schönheitsoperation. Dann mache ich es halt wirklich. Dann sage ich meine Mutter schon mal, meine Zuschauer wollen, dass ich es mache. Ist es sauer? Ist es Kakao? Sie wollte Kaka. Sie wollte... Sie meinte Cola. Next one. Errate, was es ist, so vom Anfassen. Nisa... Warum machst du die Augen auf? Jetzt mach sie nochmal zu. Errate, was es ist. Flüssigkeit? Also, Schauspieler, jetzt sagst du, dass du denkst, dass es Deo ist. Was ist Deo? Sag jetzt, ob es so Fußspray ist. Fußspray? Du musst erst in der Kamera zeigen. Erzähl währenddessen den Leuten einen Witz. Wie ist das? Erzähl. Eine, zwei Menschen sind auf der Mauer und fahren auf den See. Warte, was war das? Erzähl erst den Witz, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, zwei Menschen, die 18 sind. Die fahren auf den See und können nicht schwimmen. Hä, sind die gestorben? Ich will auch. Ihh, aber es ist eklig, wenn wir beide lecken. Aber eh. Jetzt kann ich es nicht mehr essen, weil ich weiß nicht, wann sie sich das erzählen. Bei mir. Ich habe mir eine Alexa geholt. Schaut jetzt. Alexa, kennst du Emir Bayrak? Nee, Alexa, Lautstärke 8. Bayrak ist eine berühmte Persönlichkeit. Alexa, kennst du Nisa? Tut mir leid. Ich kenne leider noch nicht alle Menschen auf der Welt. Du bist nicht berühmt. Doch. Ich werde dich überholen. Wie überholen? Auf TikTok. Cool. Beschreib mich in drei Wörtern. In drei Wörtern musst du mich beschreiben. Du bist cool, cool, cool. Mein Aussehen ist? Du bist klemm. Go bitch, go bitch, go bestie. Ich war im Laden und dann... Die haben Nisa als Figur verkauft. Bin ich eine Toilette? Ja. Was ist grün und steht vor der Tür? Du. Dann dippt man mit dem Lolli da rein. Hat man da die Brause und... Ich bin ein bisschen vergammelt. Ich bin ein bisschen vergammelt. Ich glaube das ist... Wirklich? Bist du vergammelt? Bist du vergammelt? Oh, das sind noch meine Schwester. Was macht ihr? Oh Gott, ich glaube das ist vergammelt. Hey, warum bist du so schüchtern, Schatz? Ja, weil ich bin irgendwie im Stern-Pyjama. Oder kann man so... Alles gut sein. Leute, kommentiert alle... Elif... Damit das geklärt ist... Ich nenn sie... Sie ist meine Schwester. Ich nenn sie Schatz. Einfach nur so... Also Schatz. Einfach so als... Schatz. Also aus Spaß. Also okay, ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist meine Schwester. Boah. Sie hat irgendwie die gute Gene bekommen. Gute Gene. Aber meine Mama hat ihr auch gesagt, dass ich bei der Geburt runtergefahren bin. Ne, halt wirklich. Das ist halt kein Spaß. Ja, du bist wirklich bei der Geburt runtergefahren. Weil... Das ist... Das ist klar. Ja. Ja, okay. Ich glaub, das war das Video. Also ich fehl jetzt der Zeit, dass... Adler! I don't know you! Sie hat's ausgespuckt. Ich hab's für euch rausgeschnitten. Ist dein Kaugummi? Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video ist toll geworden. Und... Okay. Du kannst jetzt raus. Okay, so jetzt nochmal persönlich abschieben. Wir haben 5 Uhr... 51. Mein Laptop ist laut, weil er überhitzt ist. Der explodiert gleich. Und ich auch. Wie gesagt, wir fahren morgens gerne anpacken. Ich freu mich. Folgt mir auf Insta. E-Mail. Bebsonair. Um nichts über mein Leben zu verpassen. Auch wenn mein Leben langweilig ist. Genau. Wie gesagt, abonniert meinen Kanal gerne, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen. Und... Ähm... Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Abend. Morgen. Nacht. Mittag. Vormittag. Tschüss. Tschüss.